ja moin und willkommen zurück zu witches legacy 8 okay das herz hat mir eingesetzt was leuchtest du so verdächtig ach du brauchst einen kumpel ja habe ich aber gerade nicht dabei sorry wir kommen auf dich zurück so was können wir denn hier machen können wir können das ist vielleicht ein bisschen zu groß haben was meine gesamte symbole ich bin entschuldigung, wissen Sie was über ein spezielles Artefakt die Twins brauchen für das Ritual? all of my knowledge was stored in the lost books you need to shake them out of the pipe okay gut ja mach ich gut lokomotive herzlichen dank du kommst klar vielleicht kann er mir helfen er mir vielleicht sollte ihm ohne helfen der falsche buch der fehlende Buchstabe ähm was ist mit der lokomotive ich sollte ein wenig kreativ werden was meinst du damit irgendwas kann man ja damit machen klar natürlich noch was ach so mit dem saal befestigen klar noch was eine lokomotive ähm das war hier dran ne? war es nicht hier dran? ich weiß es nicht mehr genau hier doch guck mal hier so und fuhm ahja ackelwäsche äh was ist das hier für unser was ist das für ein blödsinn hey klasse wir haben das A gefunden ja schönen dank auch der hat zu viel zeit glaube ich also das fehlende A nun denn erneut fange alle Buchstaben ein umgehe die Eiszapfen was? ne was muss ich machen? achso hier drauf drücken ne? ahja ok gott das kriege ich hin glaube ich so voll konzentriert hier ja 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 umgehe die Eiszapfen kein Eiszapfen ne? na 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 eh wie viele noch? ah 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 okay super die Zwingen der wahren Intention wirklich? ok na gut Guter Plan. Gut, Eule. Oh, warte, Eule. Moment. Hier, das ist doch... Und ich kann eine Kuss machen, um die Kassel-Gate zu öffnen, wenn Du meine Schackle... So, irgendwas werden wir da wohl noch ausbrüten müssen. Aber wie befreien wir ihn denn hier? Ah, hier, guck mal, da. Soon, soon, it will all happen, soon, no one can stop us! Ja, ohne Worte. Gut, also, was haben wir denn hier? Hier fehlen zwei Edelsteine. Hm, Kristalle. Entschuldigung, Kristalle fehlen. Natürlich. Aber da war doch noch was. Was ist denn hier unten? Da steckt was drin. Das ist bestimmt nicht gut. Hm, müssen wir wohl erstmal nicht ran. Also, ähm, wo war denn das mit dem Hut? Ah, hier war das mit dem Hut. Äh, freundlicherweise ist es... Nein, ich mach das erst mit dem Hut. So. Kawumm. Du bist dein Mut schon wieder losgeworden. Eine Eischel. Okay, gut. Und ein Wimmelbild. Yay. So, wieder ein Schattenbümmel. Das Boot. Schachfigur. Hm, keine Uhr. Oder kann das? Sanduhr. Es dreht sich viel um Zeit. Haarschbümmel. Haarschbümmel. Äh, Schachfigur. Schachfigur. Oder ist das die Glocke? Es ist die Glocke. Iglo, Schwalbe. Eule. Eule. Iglo. Schwalbe. Schlange, Spinne und Tomahawk. Äh, nicht Hallekäden. Auch nicht. Aber nah dran. Ähm, Schlange, Spine. Oh, Schlange. Spine. Spine. Fünf Schneeflocken. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Fünf Fledermäuse. Äh, vier, fünf. Grüner Kristall. Ja. Äh, green crystal. Yes, I got the green crystal. That's wonderful. Achso, halt, nee. Moment, da kommen wir noch nicht hin. Wir müssen erstmal unbedingt hier ran. Yes. Yellow crystal. That's totally cool. Vielleicht, wenn es nicht so kalt ist. ähm, wir fackeln ihn jetzt aber nicht an, oder? Ja, das funktioniert nicht. So, also hinter ihm. So, hier setzen wir jetzt erstmal Gölb und das dran. Okay, Start. Wähle die Kristalle in der richtigen Reihenfolge aus, um das Bild auszumalen. Begibt er uns das vor? Okay, das ist alles. Gehen wir da noch hin? Okay, da ist der Mirror. Gut, Spiegel der wahren Intention. Okay, feil. Ja, hab ich doch gesagt, das ist kaputt. Mensch. So. Der Riemen sollte ausgetauscht werden. Ich werde improvisieren müssen mit dem Seil. Nein. Okay, jetzt kann ich dir den Kim? Nee. Ich muss ihm helfen. Und was kann ich da oben ausprobieren? Und wofür ist das Aromaöl gedacht? Okay, wir gehen erstmal wieder zurück. Und hier, an das Buch. An die Koffer mit dem Pfeil. Yee. Das ist alles? Ach Mann. Was ist denn jetzt alles? Ach was? Außer, dass wir da reinkommen müssen. Ach. Nee. Hier haben wir noch Wärme. Das ist fertig. Das auch. Okay. Also Schneewerkstatt. Oh, und hier wird gewimmelt. Ja. Moment. Moment. Ich bin auch so weit. Juhu. Ah. Diese Kreatur sieht einschüchternd aus, doch ich bin ja kein Soldat. I will destroy the monster. Ja, putzig. Ähm. Okay. Er sieht so aus, als hätte er einen Nagel im Hintern. Hm. Was? Was? Wieso? Was? Was? Und da haben wir einen Schal gestrickt. Was? Das ist aber schon ein kleines bisschen abgedreht. Kann das sein? Okay. So. Also erstmal. Flasche Fledermaus, Bürste, Glühbirne. Das war akt. So. Das. Oh. Was bauen wir denn da? Ähm. Flasche Fledermaus, Bürste, Glühbirne. Flasche Fledermaus. Flasche Fledermaus, Flasche. Flasche Fledermaus, Lupe. Bürste, Kiwi, Schneemann, Lupe. Würste, Kiwi, Schneemann, Lupe. Was ist das? Was ist das? Kutsche oder Hexen? Hm? Oh, reicht noch nicht. Lupe. Und noch das Mittelteil. Da ist das Mittelteil. So. So. Römische Glasgubel. Nee. Was? Okay. So. Ähm. Bürste, Kiwi, Hirsch und Löwe. Bürste, Kiwi. Was war das da eben? Maus? Ach hier. Ach hier. Oh, ja. Und die Kutsche. Ja. Bürste, Kiwi, Hirsch. Bürste und Löwe. Bürste und Löwe? Nee. Bürste. Bürste. Und der Löwe. Ist der Löwe. Wo ist der Löwe? Hey. Da fehlt noch was. Kutsche. Bürste und Löwe. Da ist der Löwe. Okay. Haben wir den auch. So. Jetzt irgendwas noch mit der Kutsche. Was fehlt denn da? Der Kürbis. Maus. Noch eine Maus. Noch eine Maus, ne? Ja. Ja. Voll schön. Okay. Gotcha. Fliegende Sandalen. Aha. Na klar. So. Wir haben fliegende Sandalen. Das freut mich sehr. Den Schal. Ist der Schal für den Baum okay? Er ist. Guck mal. Jetzt ist schön kuschelig, ne? Ja, genau. Jetzt ist der direkt wieder warm. Magisches Ei. So. Zeit. Aha. Oh. Was ist das? Bringe die Eisenkreaturen zur Tasche. Zur Tasche hier, ne? Indem du ihnen Hindernisse in den Weg stellst, die zur unteren rechten Ecke leiten. Wähle ein Kristall aus und beginne, wenn eine eiserne Figur... Was? Du musst von vorne beginnen, wenn eine eiserne Figur eine Barriere durchbricht, bevor du sie vollstehen kannst. Was? 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 Was ist das? So? Okay. Ja, gut. So. Ah. Okay. Ja, ist cool. Gut. Ne. Immer nur geradeaus. Ne, es geht doch auch so. Gut. Yo. Okay. Wir kriegen es hin. Wir kriegen es hin. Nein. Nein. Ja. Hey. Was haben wir damit hier? Das ist vielleicht ja mal cool. Also ich meine, recht simpel, aber trotzdem cool. So. Was war das? Ich habe jetzt nicht aufgepasst. Mist. Eisenkreaturen. Okay. Wie helfe ich dir denn? Ich muss etwas finden, das bei der Kette weiterhilft. Ja. 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 Juhu. Danke sehr. Ist das, was ist das? Ein Aufziehschlüssel. Klar. Warum auch nicht? Kommt er jetzt mit oder wie? Das käme mir sehr gelegen. Okay. Hier sind wir durch. Den Baum geht es gut. Das freut mich. Okay. Also sind wir jetzt irgendwie hier dran. Ach so. Das Frettchen kann ich nutzen. Ich sollte versuchen, die Uhr aufzuziehen. Gut. Okay. 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 Ehh. Ehh. Chemis. Oh. Nein. The entrance is locked. Only one who can solve our riddles shall us. Ehh. Choy, choy, choy. Ich male ohne Hände. Frost, Wind, Eis, Zapfen. Ähh. Frost kann funktionieren. Frost. Correct. An dem... Äh. Aus dem Himmel. Ein Stern. Auf der Hand. Wasser. Was? Aus dem Himmel. Ein Stern. Auf der Hand. Wasser. Stehflocker. Correct. Läuft in den... In den Fel... Felder? Was läuft in den Felder? Doch nicht auf einem Pferd. Fliegt hoch. Doch es ist kein Vogel. Läuft in den Feldern. Doch nicht auf einem Pferd. Es hat alles irgendwie mit Schnee zu tun, ne? Correct. Ja, siehste. Okay. Woooo. Das andere hätte wohl auch zugetroffen. Finde ich. Ja. Hahaha. Es ist die Tower. Ich muss in das Kastel kommen, um es zu erreichen. Hm. Meinst du? Es gibt keinen anderen Weg. Na schön. So, was haben wir denn hier? Hier sind unsichtbare Hunde. Oh. Geister. Sind das gefangene Schatten? Ja, sind... Raushauben. Nein. Aromaöl. Ach, dann soll es doch auch gut gehen. Was ist das denn da? Ah, guck mal. Eine Hexe in Kronne. Wie kann ich euch denn... Wie kann ich euch denn befreien? Werden wir schon nachher ausfinden, ne? So, ein Magnet. Das ist immer gut. Das ist gut zu haben. Keine kleine Fußabdrücke. Das bedeutet, dass hier kleine Figuren fehlen. Meinst du? Und das, nachdem hier jahrelang Schnee draufgefallen ist. Na gut. Wenn du das findest. So. Ah. Während es aktiv ist, werde ich dort nicht durchkommen. Hier fehlt überall Schnee. Nein, das fehlt hier nicht, sondern das ist hier überall. Okay. Äh, sonst noch was? Ne, das hatten wir, das hatten wir, das hatten wir nur noch hier. Die Öllampe ist leer. Jo. Aromaöl. Finde alle Geister. Sie erscheinen nur in der Nahansicht. Finde Lichter. Da, die grünen Lichter. Okay. So. Juhu. Das ging ja überraschend einfach. Große Halle. Ne. Okay. So. Da sind die Täubchen. Das Profil ist wunderschön. Das nicht so. Okay. Als kleines Mädchen habe ich auch Schneeflocken aus Papier gebastelt. Hm. Das habe ich auch gemacht, als ich ein kleines Mädchen war. Vielleicht finde ich einen Vogel, der hier sitzen möchte. So. Okay. Gut. Wimmeln wir erstmal, ne? Eieieiei. Eieiei. Puppen. Äh. Okay. Na schön. Hamster. Sonne. Mondsichel. Ring. Hamster. Sonne. Mondsichel. Ring. Es ist vielleicht ein kleines bisschen unübersichtlich hier. Sommer. Mondsichel. Ring. Hamster. Da unten. So. Kette. Soldat. Birne. Münze. Kette. Soldat. Birne. Münze. Kette. Birne. Wer ist das? Ah, wo ist das? Was ist das? Koch. Koch. Maler. Koch. Koch. Hier. Dem fehlt aber immer noch was. Geschirze oder so. Soldat. Kette. Münze. Nussknacker. Kette. Da. Hier. Komm mal. Schütze. Ah. Okay. Kette. Münze. Münze. Was ist das denn? Kann ich nur nicht nehmen. Okay. Maler. Münze. Münze. Ja. Super. Okay. Wer von euch Kerlchen ist dann? Du bist der Maler, ne? Ja. Wo ist die Palette? Wo ist sein Hut? Ein Hut? Was braucht der denn ein Hut? Ist das wirklich nötig? Äh. Und ne Mutter haben wir auch noch. Ich hoffe, dass sie das ist. Ist sie nicht. Er ist es auch nicht. Ne. Ne. Also, noch ne Münze. Versuchen wir es vielleicht erst mal damit. Mit den einfachen Sachen. Ähm. Das ist sehr unübersehlich. Ja. Aber gut. Das ist ja auch das Ziel. Irgendwie. So. Münze. Ja. Ich weiß. Du brauchst noch deinen Hut. Und was für eine Art Hut schwebt der denn vor? Sicherlich irgendwas Buntes, ne? Da sind viele, auffällig viele Sterne. Halt. Was hat hier? Da? Ach, da ist die Mutter. Ja. Ja. Und die. Äh. Was ist das hier für Zeug? Hm. Münze. Da ist die Münze. Gut. Hm. Fehlt nur ein Rutes Malers. Was ist das hier alles? Ähm. Ja. Gut. Ein Ruter Hut. Ein Käppi. So ein, so ein fornsesischer Hut. Hm. Nein. Keine Ahnung. Ja. Nee. Ah nicht. Das wird ja hier irgendwo in der Nähe sein, oder? Ja. Nee. Nö. Wo bist du? Hallo. Keine Ahnung, wo der ist. Halt. Da. Ah. Okay. So. Was haben wir jetzt hiermit? Äh. Ein Hübschen. Ja. Noch eine Marionette. Umhang. Was ist das? Haare. Und eine Schnüffel. Aha. Mara. Okay. Dich nehmen wir mit. Warum auch immer. Dich nehmen wir mit. So. Mara. Ein Schauspiel inszenieren. Okay. Ähm. Ähm. Das ist die Skulptur. Das Portal für die Welt der Monster. Hm. Sprichst du von einer anderen Welt? Wohl kaum, ne? Braucht es dazu, dass es das blaue Auge ist? Es kann. Äh. Vielleicht möchte ich das gar nicht so gerne. Hast du mal drüber nachgedacht? Hm. So. Was haben wir hier? Hier fehlt uns etwas Kraft. Was? Etwas? Moment. Mit ein wenig Kraft wird hier funktionieren. Nein. Nein. Ach was. Ne. Okay. Das geht nicht. Gut. Was haben wir hier? Äh. Ein Kopf fehlt und ein Schwanz fehlt. Warum? Warum fehlt das immer alles? Oh. Hier. Dir fehlt die Kronen. Ähm. Ihr seid Werbwürfe? Mhm. Oh. Klar. Warum nicht? So. Äh. Biene. Dich nehme ich mit. Markus. So. Hier oben. Bienen lieben Blumen. Das habe ich auch schon gehört. Ähm. Wenn ich die Rune finde, wird sich das Schloss öffnen. Kann ich auch nicht. So. Aber was machen wir denn jetzt hier? Ich meine. Naja. Also. Puh. Hier. Was wird hier wohl sein? Ach so. Hier. Warte mal. Kleine Füße. So. Mal guck. Yay. Du kommst da hin. Du kommst da hinten hin. Und dort. Ja. Das haben wir noch gar nicht angeguckt. Ne. Wir konzentrieren uns so sehr auf die beiden hier. Aber was ist denn mit den Hexen, die sie erweckt haben? Die spielen wir hier mit. Ja. Alles klar. Smaragd. Und ein Vogel. Eine Bronze. Ein Bronzevogel. Total unauffällig. Das wird hier drin keiner merken. So. Äh. Ein Smaragd. Und ein Bronzevogel. Nix für hier. Äh. Ne. Ach. Nix für da, ne. Ne. Gut. Also gehen wir mal wieder rein. Hm. Smaragd. Und ein Bronzevogel. Warte mal. Könnte der? Ne. Da kommt die hinten. Nein. Natürlich nicht. Wo kommt der denn hin? Wo kommen die denn hin? Hm. Ja. Hm. Nö. Spiegel? Nein. Nein. Ach, der Bronzevogel. Warte mal. Der kommt da hin. Wie. Echt jetzt? Okay. Ja. Nimm die Papierschneeflocke. Super. So. Hier fehlen noch die Köpfe. Die können wir mit unbeleitungsweise nicht ausschneiden. Ähm. Die Schneeflocke kam doch hier hin, ne? Ja. Ja. Wer oder was bist du denn? Wer oder was bist du denn, ey? Nicht-Profil. Hat dieses Ding einen ausklopft? Ja. Ja. Möglicherweise. So. Also hier wieder hin. So. Ja. Was ist das? Was ist das? Oh. Oh. Hm. Ich verstehe. Vielleicht kommen wir ja doch durch. Ich finde und platziere die Objekte in den Szenen, um den Schlüssel für die Tool zu erhalten. Drücke auf die Pfeile auf der linken Seite, um die Szene zu wechseln. Okay. Okay. Eine Pflanzerschlüssel. Aber wir können einzelne Sachen mitnehmen. Das ist gut. Hier fehlt die zweite. Okay. Okay. Da gehört die rein. So. Du musst aufstehen. Wo bekomme ich den Bienenkorn? Okay. Was ist das hier? Ohne Rat werde ich nirgendwo hingehen. Hm. Na gut. Was hat das zu bedeuten? Ist jemand zu Hause? Ach. Das ist eine Glocke. Das war kein Bienenkorn. Das war eine Glocke. Oh. Okay. Hallo. Dich nehme ich mal mit. Nee. Jetzt müssen wir auch irgendwie mal. So. Du kommst da hinein. Dann nimmt das Rad mit. Jawohl. Das Rad kommt dort. Ja. Das ist ja nett gemacht. Hier. Schaufel. Ähm. Was werde ich mit der Schaufel machen? Ausgraben? Ausgraben. Ja. Hey. Die Pflanze. Was? Wer ist schon gerne Blätter an? Naja. Du. Aber was macht ihr mit der Pflanze? Äh. Wie unordentlich. Ach hier. Pflanze. Ja. Raute. So. Ganz nach unten. Zack. Ach. Wie schön. Hey. Schlafe. Sehr gut. Und damit bringen wir das hier zurück. Bin wir nicht. Und der Schlüssel. Da ist der Schlüssel. Yay. Und da ist der Schlüssel. Unsere Welt zählen. Alles wird langsamシロ. Hurry. Jack. Ja, ja, ich geb mir ja Mühe. Was jetzt? Oh. Oh, sieh an, Glasknopf. Oh, warte mal, für draußen. Ja, 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 ich weiß schon. Ähm, hier. So. Was jetzt? Okay. Okay, das war verdächtig einfach, findest du nicht? Ich finde fast, das war zu einfach. Oh nein. Das ist kein Ding, dem müssen wir auf jeden Fall helfen. Leere Dose und hier, wenn ich die Schatten zurückbringe. Ja, ja, auf jeden Fall. So. So, und jetzt? Brenn. Brenn mir die Bucks. Yay. Dich nimm da mit. Schattendose. Ja. Mensch. Wir kommen in eine neue Welt. Warte mal, aber hier fehlt doch auch noch was. Wir sind hier noch nicht fertig. Hier fehlt sogar noch eine ganze Menge. Oh. Und da, Wimm und Wir. Komm, das machen wir noch. Ja, den machen wir noch. Oh, der müsste ich bei ihm verschwinden. Ihr wisst schon. Muschel, Eule, Kompass, Zahnrad, Schleuder. Muschel, Eule. Ja. Ein Fotenabdruck. Klar, wissen Sie mich. Hören wir es. Hi, guten Tag. Bist du hier der Gastwirt? Das war nicht das, was ich suchte, aber geht auch. Muschel, Kompass, Zahnrad, Schleuder. Glocke, Axt. Was? Was ist das? Tierspurkette. Oh, hier, Kette. Ach, der kurt hier so, ne? Ja, genau. Okay, 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 wir machen das schon. Wir machen das schon, wir machen das schon. So, noch ein Stück. Dann haben wir die Kette fertig. Nur ein Zahn, oder was? Noch ein Zahn. Ui. Oh. Ist ja schon putzig. Muschel, Zahnrad, Schleuder, Glocke, Axt. Jetzt werde ich nebenbei mal danach suchen. Muschel, Schleuder, Glocke. Ne, das ist keine Glocke. Muschel. Oh. Ja, ja, schon gut. Hier. Ah, so geht das. Okay, alles klar. Muschel, Zahnrad, Schleuder. Das ist kein Zahnrad. Hier, was ist das? Okay. Gut, meinetwegen. Muschel, Zahnrad. Ist ja auch ein Anker, Axt, 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 hier. So. Hier fehlt noch ein Zahn. Oh, schön. Ah, Zahnrad, Schleuder. Zahnrad. Das ist eine Schere. Kann ja nicht so schwer sein. Schleuder, hier. Nee. Da? War nicht. Hä? Muschel, Zahnrad, Schleuder. Und uns fehlt immer noch ein Zahn hier für die Kette. Da ist der Zahn für die Kette. Okay. So. Das haben wir schon mal. Okay. Muschel. Zahnrad, Schleuder. Anker. Warte, Anker, glaube ich, schon gesehen. So. Vielleicht auch nicht. Wo ist das Zeug? Hier? Nee. Muschel. Wo ist die Muschel? Okay, das hätte ich zwar eher als Schneckenhaus bezeichnet, aber okay. Das ist die Schleuder. Das ist nichts. Zahnrad und Anker. Zahnrad und Anker. Anker. Das war zu auffällig, ne? Zahnrad. Da. Okay. Geweih. Dankeschön. Vielen Dank auch. So. Jetzt aber. Ja, genau. Geweih haben wir gefunden. Okay. Wir sehen uns gleich hier um. Aber erst mal. Ich bräuchte ein paar Minuten. Ich bin gleich wieder da. Tschüss. Ich bin gleich noch. Tschüss. Ich bin gleich. Tschüss. Untertitelung des ZDF, 2020